Jo Leute, willkommen zu einem neuen Video von 360Football. Heute gibt es ein Stürmertraining mit dem besten Stürmer EU-West, Kubanito. Tschüss, er macht die Messlatte direkt hier oben. Danach erster Schuss, ich verschiesse direkt. Auf jeden Fall, Jungs, ich freue mich hier zu sein. Leute, lasst sehr gerne ein kostenloses Abo da, den Like da lassen auf das Video. Und falls ihr mal auch eine Trainingshighlight braucht, schaut sehr gerne bei den Jungs vorbei. Da ist der Link für das Extra-Training. Und ja, ich würde sagen, Männer, fangen wir an. Nicht schlafen, ne? Gas geben, vamo! Nicht schlafen, Leute, nicht schlafen, nicht schlafen, nicht schlafen! Erste Übung zum gut reinkommen. Erster Ballkontakt flach auf dem Boden. Entweder spiele ich ihn hier in der Mitte, sage nichts, dann klatschen lassen. Rot, Innenseite mitnehmen, spielen. Weiss, Innenseite mitnehmen, spielen. Und dann haben wir noch Gelb und Schwarz. Wenn ich jetzt Gelb sage, nimmst du ihn mit der Aussenseite hier durch, spielst zurück. Und bei Schwarz mit dem linken Fuss nimmst du den Ball da durch. Du gehst nach hinten durch und spielst zurück. Und immer wieder in die Mitte, hier leichtfüssig sein und einfach gut reinkommen. Weiss! Sehr gut! Rot! Schwarz! Sauber! Gelb! Sehr gut! Sehr gut! Komm! Rot! Rot! Sehr gut! Schwarz! Komm! Weiss! Und noch zwei. Komm! Rot! Und direkt! Jawohl! Sauber! 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 So Leute, die zweite Übung. Hier geht es darum, ich spiele in meinem hohen Pass. Hohen Ball, also ich bin zum Beispiel Innenverteidiger, er ist der Stürmer, macht hier eine Gegenbewegung. Der Ball kommt, nimmt ihn am besten mit einem Touch nach unten mit und dann ein sauberer Pass in das Tor. Hier ist Gelb, hier ist Rot. Ja. Legen wir los. Gelb! Wow! Ja! Rot! Sauber! Ja! Gelb! Bam! Yes! Okay, okay, komm weiter! Noch zwei! Tack! Sehr gut! Yes! Gut! Bam! Jawohl, komm noch zwei! Und Gelb! Yes, Junge! Der war stark! Dritte Übung, Schussübung, das wird wahrscheinlich seine Favoritenübung von heute sein. Jetzt erklären wir sie euch. Also du startest hier, kommst zu mir entgegen, ich bin dort, lässt den Ball zuerst klatschen. So schnell wie möglich wieder hier hin, hier wäre der Gegner. Tack, drückst ihn weg. Ball kommt, du gehst hier vor diesem Gegner, nimmst mit einem Ball Kontakt mit, nicht zu weit, nicht zu nah, dass du direkt aus dem Lauf abschließen kannst. Dann locker, locker, ab hier, Tempowechsel, Ball verlangen, ja, Ball kommt, Touch, gehst hier wieder auf den Gegner zu. Finte, abschließen. Das ist der zweite. Das ist der zweite. Dann gibt's noch den dritten hier, wieder locker. So. Bis du hier bist und dann mit dem Sprint in die gefährliche Zone zwischen Elfmeter und Fünfer. Fünfer, Abschluss, der muss natürlich direkt rein. Und go. Jawohl. Und komm, und komm, hier. Schnell abschließen. Sehr gut, sehr gut, locker. Tempowechsel und ja, Ball kommt. Und geh, und geh. Wieder schnell abschließen. Sehr gut, jetzt locker zum hinteren schwarzen Markierungshütchen. Und jetzt zwischen Elfer und Fünfer, komm. Jawohl, starke Runde. Sehr gut, sehr gut. Komm. Jawohl. Vor den Gegner. Schnell abschließen wieder. Okay. Locker. Und komm, jetzt Tempowechsel. Komm, 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 komm. Ja. In den Lauf, erster Kontakt. Schnell abschließen. Komm, Junge. Und Sprint. Ecken suchen. Jawohl. Souverän. Genau diesen Ball wollen wir. Sauber. Ready. Und go. Ja. Locker, locker. Tempowechsel, komm. Ja. Sauber, sauber. Sauber, sauber. Und volle Sprint in den Ball. Komm. Ecke suchen. Sehr gut, der letzte wieder. Souverän. Und ja, komm. Ja. Guter Touch. Jawohl, jawohl, jawohl. Und Tempo. Gut, gut. Komm, letzter noch mal voll in die Ecke. Drücken. Oh. Okay, auch gut. Sauber, sauber. Gut, Junge. Oh. 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 Körmertraining ist fertig. War richtig geil. Und auch im Vergleich zum letzten Mal eine geile Steigerung zu sehen. Wie hast du das Training heute gefunden? Hat sehr, 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 sehr Spaß gemacht. Geile Übung. Guter Mix gewesen wieder. Aus technischen Übungen, Abschlussübungen. Ja. Leute, schaut auf jeden Fall sehr, sehr gerne vorbei. Bei den Jungs von 360 Grad Fußball. Lasst gerne ein kostenloses Abo da. Liken. Und ja, auch gerne kommentieren, wo die Jungs als nächstes hinkommen sollen. Ich würde sagen. Nicht schlafen. Let's go. Und er war schon deutlich besser, fitter, stärker, hübscher. Hübscher, das stimmt. Ja, ja je t'ai ... Hübscher, das stimmt. Ja, ja, ich denke, du bist selbst. Du bist ein, die du bist. Das war's. Das war's. Das war's.